Deswegen fahren wir heute nach Cancun, ziehen uns den ganzen Laden mal rein. Zeig mal kurz deinen Wagen von Injustin hier, komm. Servus! So, Leon, schön am Zähneputzen, oder was? Schau mal in die Kamera. Leon freut sich. Geil, oder? Ich bin ein Footballplayer, man. Irgendwann. Kleine Roomtour, oder was? Find the scenes, das ist doch lustig, Digga. So, komm mal her. Wir haben ein Standardintro. Drei, zwei, eins, go. Yo, was geht ab, mein lieben Freund? Ich bin ja mal wieder vor euch am Start. Und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem motherfucking YouTube-Channel. Und ich hoffe, bei euch da draußen ist alles gut. Ihr seht schon, ich stehe hier vor Justines Karre. Und zwar, haben wir das ja, haben wir das im Interview angekündigt? Äh, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ja. Ja, ne? Nee, im Live. Im Live, genau. Und zwar fahre ich heute mit Justine nach Cancun, um mir Cancun mal anzugucken. Ich war bis jetzt noch nie in Cancun, ich bin nur da gelandet. Und ich habe ja mit den Gedanken gespielt, eventuell nach Miami zu gehen. Und Justine hat jetzt gesagt, so komm doch erstmal nach Cancun, vielleicht gefällt es dir da auch gut. Weil ich muss euch sagen, Freunde, also der Hauptgrund ist einmal, hier ist mir zu ruhig. Die Leute, also hier passiert nicht so viel. Ich will hustlen, ich will Gas geben, ich will durchziehen mit YouTube, mit Musik. Und ich glaube, ja, in Cancun hat man da schon bessere Möglichkeiten, glaube ich, ne? Also mehr Leute, die halt am hustlen sind, viele Amerikaner und so. Karl S. ist auch gerade da, schöne Grüße gehen raus an der Stelle. Internet ist da viel besser. Also ich glaube, es ist schon ein Upgrade zu dem, was ich jetzt hier gerade habe. Auch wenn Tulum sehr schön ist, so zum Runterkommen, Healing, spirituell, alles schön und gut, Digga. Aber jetzt muss auch mal wieder gehustelt werden, meine lieben Freunde. Deswegen fahren wir heute nach Cancun, ziehen uns den ganzen Laden mal rein. Zeig mal kurz deinen Wagen von Justine. Ja, können wir mal angucken. Soll ich mal reinlegen oder was? Übrigens, ich stell dir mal den Happy vor, der mein Auto gesprayt hat. Ist ein richtig geiler, bekannter Tätowierer. Echt, ja? Ja. Schöne Grüße gehen raus an der Stelle. So, komm, zeig mal hier. Ja, also das ist mein Wagen. Dein süßes Wagen. Ist jetzt nicht so überkrass aufgeräumt, aber es geht. Ja, das ist meine Tasche hier, ne? Also ich habe hier noch ein bisschen für Unordentlichkeit gesorgt. Auf jeden Fall. Ja, ansonsten ein paar Kisten habe ich hinten. Aber sweet, Digga. Und Stauraum hier unten, ne? Warte mal kurz, nimm mal das Mikrofon. Wie ist das mit Moskitos? Erzähl mal. Oha. Das ist kacke, ne? Ja, ist schon krass, wenn du welche drin hast. Du bist halt zerstochen, ne? Am nächsten Tag habe ich immer hier. Ja, aber ist doch auch brutal high. Du hast ja keine Klimaanlage, kein Fan, nix, oder? Ich sag ganz ehrlich, heute Nacht war es richtig warm und ich konnte nicht gut schlafen. Ansonsten geht es teilweise, weil ich habe Durchzug. Ich mache die beiden hier auf, die beiden Fenster. Ja, und dann kommen die kleinen Pisser rein, ne? Ja, aber was soll ich machen? Hast du Klimaanlage hier? Nee. Nicht? Ich hatte mal eine, aber die funktioniert nicht. Okay, shit. Ja, scheiße. Okay. Wir drive jetzt los, Freunde. Boah, ich schaue alles main. Was sagst du? Es ist so lustig, dass du jetzt so mit dem Van hier nach Cancun wärst. Ich bin gespannt, wie dir Cancun gefällt. Weil viele mögen es gar nicht oder die mögen es. Also das ist echt so ein Mittelding gibt es selten. Ich bin gespannt. Alright, man. Pssst. Oh shit, meine lieben Freunde. Ich liege jetzt hinten im Van. Justin ist am Driven. Sag mal Hallo Justin. Hi. Servus. Und ich bin gerade live hier. Ich will den Livestream einmal einblenden hier. Schreibt mal was cooles rein, Freunde. Ihr seid mit im Vlog, Digga. Vloggerin, Mofucker. Okay. Sind da Bullen oder so? Nee. Alles cool. Alright. Yes. Life is life, Freunde. Life is life. Immer noch auf dem Weg nach Cancun. Wir sind jetzt in Playa, oder? Wir sehen noch nicht. Noch nicht, aber fast. Und dann ab nach Cancun. Es ist gut. Pssst. 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 Alright. Arrived in Mofucking Cancun, meine lieben Freunde. So, wir sind jetzt da, sagst du, ja? Wir nähern uns dem, ja? Oh, voll dunkel. Da hinten sieht man schon die Hochhäuser. Pssst. 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 Cancun. Psst. Pssst. Pssst. Psst. 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 Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr anders, schon direkt von der Energie, wenn man hier ankommt, ist nicht mit Tulum vergleichbar, auch nicht mit Playa del Carmen, ist alles komplett einfach, hat seinen eigenen Flavor so, ne? Ja. Wo kommen die meisten Touristen her hier? Amerika. Amis? Ja, und Mexikaner. Und Mexikaner, ja? Tulum finde ich viele Argentinier auch, die da wohnen und so, das hast du hier nicht so. Ja, hast du in einem? Weißt du? Ich glaube, in Tulum sind mehr Argentinier als Mexikaner. Ja, ja, das hast du hier. Das sagen sogar die Mexikaner. Das hast du hier nicht? Hola. Hier ist mein geliebter Chedraui übrigens. Wo? Hier Chedraui links. Aber das ist Chedraui? Ja, man, das ist riesig, ne? Guck mal. Weil wir haben in Cancun zwei Strände, einmal diese Seite und dann einmal die andere und ich will jetzt einen Unterschied zeigen. Oha, aber ich sehe schon das blaue Wasser, yo. Digga, ist auf jeden Fall ein Unterschied zu Tulum gerade. Also jetzt gerade in Tulum ist halt auch nicht so geil, ne? Ja, das stimmt. Jetzt gerade in Tulum ist ja wirklich, also es ist auch schon jetzt seit, wie lange schon? Seit zwei, drei Monaten so. Das ist Kacke. Alle gucken mich natürlich wie gewohnt blöd an, weil mich jemand filmt und ich in mein Handy reinrede. Aber das kennen wir ja schon, meine lieben Freunde, ja? So, heute ist Sonntag, ist sehr voll heute, ne? Das ist auch jetzt public, ne? Ja. Oh shit, film mal, ja? Film mal ruhig, ich dran. Oh shit, man. I like that, bro. Der hat einfach P.A.M.P. gehört, jo. So quasi meine Backgroundmusik, wenn ich hier reinlaufe, ne? Okay, krass. Ja, ja. Auch so vom Publikum her so. Wie die mich alle angucken, jo. Eigentlich muss ich jetzt one take einfach mal reinlaufen, oder? Soll ich das Handy mitnehmen? Nicht? 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 Hey. Boah, schau mal dahinten. Alter, siehst richtig gut aus mit dem Hintergrund, mit dem Türkisen. Echt? Ja, Mann, steht dir. Chill, Leute. Da hinten, film mal nach der hinten so. Das ist nice, ne? Wir können doch spazieren gehen, wenn du willst. Da kann man rumlaufen. Die chillen nur Mexikaner, ne? Ja. Das ist jetzt hier nicht so da, wo die Amis sind und so, ne? Ne, wir gehen da gleich rüber. Ach, da sind, da können wir auch hingehen. Ja, gehen wir gleich. Geil, ne? Cancun hat das schönste Wasser, tatsächlich. Man sieht doch da hinten, es ist da Mojeres. Leon freut sich. Geil, oder? So, Leon wird hier schon gefragt, gerade, was er hier macht. Ist der YouTuber, ja oder nein? Ja. 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 Magik, illusion, magik. Ah, magik. Ach du Scheiße, wir haben magik und street, street magic, oder was? Woher du dich von? In Colombia. Wir sind in Colombia. Wir leben in New York. Wir leben in New York. Nein, wir leben in New York. No, aus New York. From New York. Wir leben in New York, aber wir sind von Colombia. Ja, aber wir schauen, schauen, schauen. Du sehen das? Warte, warte, warte. Sehr nah, ich magische Klose-Ausen. Du kennst das die Klose-Ausen? Du kannst es so, wie das fühlst. So, wie das? Ja, schauen wir auf den Kamera. Und du hast ihn zu tun. Das kann wahrscheinlich nicht mehr so machen. Das tut mir so. Warte! Ah, es ist nicht kaputt! Schau mir! Wie ist er? Anthony! Anthony, check out Anthony, man, weißt du, wie du es liebst. Alright, Bro? I like that, man. Und das ist jetzt hier die Party-Meile, oder was? Ja. Warst du schon oft feiern hier? Nicht so oft, aber ein paar Mal. Krass, Mann. Das ist ganz anderer Weib. Ja, oder, man muss sich da erst mal dran gewöhnen, Alter. Ja, super. Hier ist dann richtig fett Party heute ab, wa? Ja, heute Abend. Da sind dann die ganzen Bars und so, oder was? Ja. Jetzt links, ja, zum Strand. Strand Beach 2.0, wie heißt der erste Beach, wie heißt der Beach? Playa Caracol und der Playa Forum. Oh, shit. Oh, ist viel los, Alter. Ja, krass, Digga. Oh, mein Gott, Alter. Oh, ist echt voll. Da oben sind schon die Leute am Durchdrehen, Digga. Ich hab grad Kulturship. Zoom rein, Digga. Ja, 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 ja. Geiler Beat dabei, ja. Der singt ehrlich, gell? Der singt wirklich in live, so. Alright Freunde, immer noch am Beach. Die Brothers haben hier einen Fußballerstart gebracht. Ich versuche das Ding jetzt mal zu catchen hier. Ich versuche das Ding, aber ich versuche das Ding. Ich versuche das Ding, aber ich versuche das Ding. Ja, was? Ich versuche das Ding, aber ich versuche das Ding. Bro, hier ist der beste Fußballspieler, Mann. Wie ist es? Wie ist es? Kangun? Du spielst in der Schule, oder? Ja, welche Schule? Ehh, welches Schule? Welches Schule? Das ist der Name der Schule? Ah, Lions. Lions. Lions, Kangun. Kangun, oder? Ja? Ja. Du kannst, ich dachte. Du? Nein. Nein. Nur zum Gym, Mann. Gym oder Kalisthenia? Nur pumpen, Mann. León. León. Ah, Lions. Nein, mein Name ist Fernando. Fernando. Mein Freund, Baruch. Baruch. Du spielst Fußball, auch? Nein. Als Beispiel. Hier ist es. Aha. Ich hoffe, ich verstehe. Das ist der Bruder spielt auf jeden Fall Fußball in der Mexikanischen College. Was? Lions. 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 He spielt für die Lions. Lions. Champions. Okay. Okay, bereit, set, hopp, komm. Alright, Freunde. Das ist hier Public Beach in Cancun. Da ist ein Beach Club. Die ganzen Amis gehen da fucked up. Hier gehen die Mexikaner fucked up. Ist sehr viel los. Aber überwiegend Einheimische, keine Touristen. Das liegt aber auch daran, dass hier der Public Beach ist, glaube ich. Aber so wie ich gehört habe, sind die Beaches von den Hotels halt auch extrem leer. Äh, ja. Erster Eindruck von Cancun. Ich muss sagen, die Stadt ist nicht schlecht, aber schwer einzuschätzen. Werde ich vielleicht am Ende vom Vlog nochmal ein ausführliches Feedback geben. Was auf jeden Fall geil ist. Wasser ist klar. Also hier ist jetzt ein bisschen Seaweed am Start. Aber drüben, wo wir eben waren, kein einziges Seaweed oder so. Und das Wasser ist auch hier green. Immer noch. Das ist in Tulum leider nicht so. Ich war hier eben schon im Wasser drin und ich wollte gar nicht mehr rausgehen. Die Wellen sind auch ein bisschen stärker. Und der ganze Vibe ist halt ein bisschen anders, weil du halt hier so Hochhäuser und Hotels im Hintergrund hast. Ich glaube, man muss hier auf jeden Fall eine längere Zeit leben, um so wirklich einschätzen zu können, ob man es feiert hier. Es ist auf jeden Fall ein riesen Unterschied zu Tulum und auch zu Playa del Carmen. Ich würde fast sagen, Playa del Carmen ist so ein Mittelding. Schauen wir mal, ja. Ich küsse ihr jetzt. Oh shit. Partyin' in, man. Geh mal Party machen wir da was. Ja, Justin. Ab geht's, Digga. Bisschen Vollsaufen, oder? Ja, lass uns mal kurz hochsteppen hier. Dann ziehen wir uns mal rein hier. Bisschen Backstakey-Vibes. Tschüss. Geil. Wie heißt die Mall hier? Puerto Cancún. Puerto Cancún. Puerto Cancún. Puerto Cancún. Wir suchen jetzt nach einem LAN-Kabel, damit der Bruder vernünftig streamen kann, sagst du, ne? Ja. Okay, da oben, die Wohnungen sind richtig neid. Was hast du gesagt? Das sind bunte Freunde von dir, oder was? Ja, die sind bunte da oben. Ja. Boah, das hat auf jeden Fall Vibe. So wie Berlin Mall, nur geiler. Mit Palmen und so. Sollen wir aufs Boot reinjumpen, sagst du, oder was? Ja, die haben Spaß. Ach, die Musik kommt von denen, wa? Boah, geil, Digga. Brutal. Die Jacht ist nice, ne? Ja. Irgendwann. Aber ich glaub, Unterhalt von so einer Jacht ist auch brutal teuer. Alleine den Käpt'n zu bezahlen und den, äh, Fuel. Und das musst du ja das ganze Jahr über bezahlen, also wenn du eine eigene besitzt. Kleine Roomtour, oder was? Ja. Oh shit. Das ist deine Wohnung, ne? Ja, genau. Erklär mal, erzähl mal. Also, das ist meine Wohnung. Was haben wir hier? Das ist das Wohnz, oder? Ich hab doch mein altes Wett hier stehen. Wie viel ist es so ein Notfall, wenn man Leute hierher schicken, weil die irgendwie nach Kampun müssen, dann fänden die hier. So wie ich zum Beispiel. Zum Beispiel. Ansonsten, ähm, geht's halt morgen. Ist auch mega angenehm, ne? Das ist halt mega fresh hier. Okay, man sieht nix dunkel, aber riesig. Nice. Warte, mach mal das Ding. Du musst so angehen, guck. Das ist Mexiko-Style. Ja, genau. Einfach so hoch. So. Fail. Also in der Küche haben wir eigentlich alles, was man braucht. Stark. Ja, ist geil, ist süß. Ja. Wo ist Licht? Hier hab ich sowas wie so einen Waschraum. Ja, schon sauber und so ein Quatsch. Mhm. Wie viele Quadratmeter sind das? Ich hab keine Ahnung, nö. Ich weiß noch. Hier kann ich jetzt nicht rein, das war mein Romy, das Zimmer. Hier kann ich jetzt nicht rein. Geht auch rein. Aber ich, oder? Nein. Auch das eigene Bade. Ich schwöre, die hat die Klimaanlage an. Kann sein. Mach mal deinen Fuß dahin. Kann sein, dass sie angelassen hat. Aber es kann auch sein. Ah, ja. Zahlst du Strom? Ja, ja, aber es ist nicht so schimmig. Ist wirklich nicht so teuer hier. Also ich hab so ein Ding, dass es irgendwie weniger kostet. Hier ist auch hier Badzähl. Soll ich aufmachen. Und ja, das ist mein Zimmer. Oh shit. Mhm. Ja, und dann hab ich hier noch das Ranzimmer dran, ne? Also jeder hat seinen eigenen Bereich. Das ist eigentlich ganz cool dann. Boom. Und ich vermiete ganz oft das Gästezimmer. Hier ist der Leon. Dusche. Boom. Und du vermietest das Gästezimmer? Ja, ich vermiete. 400 Euro zahlst du hier, ne? Ja. Ist geil. Ja. Ist cool. Ist nix. Wir haben auch jetzt die Kamera wieder am Start. Ja. Wir haben jetzt die Kamera wieder am Start. Wir haben zwischendurch mit dem Handy gefilmt. Leider. Ich mag die Kamera mehr auf jeden Fall. Alright. Easy. Willst du noch Tschüss sagen? Ja. Schönen Abend Freunde. Tschüss. 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 2, 2, 1, go. Tschüss. Yes, Freunde. Das war's jetzt gewesen mit dem Vlog. Kleiner Cancun-Trip, Freunde. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt beim Schauen. Wir fahren jetzt noch ein bisschen rum. Ich hab aber gedacht, ich mach jetzt schon das Auto. Aber es wird gerade dunkel. Ja, man. Schreibt auf jeden Fall einen Kommentar rein. Lasst einen Daumen da. Supportet den Brother, Freunde. Ja? Ich seh dich, Digga. Genau du. Lest jetzt einen Daumen da und schreibst einen Kommentar, Bro. Okay? Bis dann. Be Unique. Das war's. Bis dann. Bis dann.